Als Leben! In Minge! Hart! Sehr hart! Ein Mann. Eine Bühne. So was brauchst du jeden Tag als Weckruf. Harry G. in Harry G. Leben mit dem Isarpreis. Der Isarpreis schaut aus wie eine Mischung aus Gestütsbesitzer und Dieter Pohl. Und darunter grelle Polo-Scherz mit übergroßem Logo-Pferd. Ein Hirmerwolperdinger. Eine Geschichte von Liebe und Leidenschaft. Aber dann wundern sie sich, wenn ich vorbeigehe und die Kinder wenng auf die Straße ausgedreht und sagt, das ist die Viecher weg, du! In einer sensationellen Inszenierung. Wenn der Maibaum wieder am Dorfplatz steht. Mit einer internationalen Besetzung. Wo arbeitest du eigentlich? Ich arbeite in einer Lederhosefabrik. Jetzt auf DVD. Harry G. Leben mit dem Isarpreis. Na was kann ich dafür, wenn die Nutten nicht schau'n lasst? Die ist nicht synchron.